Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Hero Zero, ja. Ihr macht ein paar, von Anfang an ein paar Spezialeinsätze, nein, unser Team. Batman, wartet Gott, ich muss mal schreiben, keine Upgrades ohne Nora. So, warte. 3 bis 7. So, und. Ja, ich hoffe, er liebt jetzt nicht. Und nicht unsertiv. Okay, Nora nimmt ihr blutiges Wetter raus und redet auf Batman zu. Ihr seht, ich bin jetzt bei Lunati. Wir haben das Team Feuerwehr um 14.31 Uhr gegründet. Haben insgesamt, ich glaube schon, 206 Donuts gespendet. Ich erst 60. Ja, total. Können wir da nochmal ein paar Donuts reinhauen? Hauen wir nochmal 10 Donuts erstmal rein. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. So, 10 Donuts reingehauen. Also, warte. So, ja. Wir graden hier ab. Wir suchen Teammitglieder und wie gesagt, wir machen jetzt ein paar Spezialeinsätze. Oh, wieder habe ich auch nicht falsch. Ein paar Sondereinsätze. Ja, versuchen wir mal, also. Er hat alles mehr. Er hat 4% geschickt. 11% geschickt. Okay. Er hat alles mehr. Ey, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe überschwungen, weil ich dachte, ich schaffe ihn nicht. Okay. Okay. Jetzt ziehen wir mal an. Obwohl, nee, das ist mir 300. Nee, das ist mir echt die Kondition. Ja, auf jeden Fall. Wie ihr seht, ist es bald ein schönes neues Jahr. Ich habe gelöscht, den Gefallen getan und die Videos rausgenommen. Ja, bis auf das dritte, das muss ich noch rausnehmen. Nein, ich will keinen Streit. Und ja. Er hat seinem Team gesagt, sie sollen es unterlassen, mich anzugreifen. Finde ich gut. Und ja. Also. Das ist dann der nächste. Könnten wir ihn schaffen? Der hat wie immer alles mehr. Oh. Oh. Wir machen aber viel damit. Wie ich sehe, bringt die Wurfwaffe irgendwie sogar den Grundschaden irgendwie. Ey, den Grundschaden den Schaden. Ey, den könnten wir. Zudem ich mir ein bisschen. Das könnte knapp werden. Wenn er jetzt nicht ausweicht und wir jetzt genug Damage drücken. Ja. Dann sind wir noch ausgewichen. Das ist plus 30. Das sind so gute Sachen. Aber dann müsste ich mein ganzes Set erneuern. Dann müsste ich mein ganzes Set erneuern. Und das möchten wir nicht. Weil das ist mir echt 30,4% Gegner mit 1.000. Und das ist mir ganzes Set erneuern. Wir versuchen. Ja. Und. Plus. Ja, auf jeden Fall. Nora. Am 3. 1. Wann. Oder. Ich versuche. Zu kaufen. Und zu spenden. Ich weiß nicht. Am 15. Werden wir uns. Das nächste Mal sicher Donuts wiederholen. Und ja. Oh, der Schurke ist da. Wie oft haben wir. Wir haben zweimal angegriffen. Und ja. Der Big Trumbo. Wir haben noch. Könnten wir sogar jetzt auch. Machen wir jetzt erstmal. Haben noch 80 Energie. Versuchen. Aber noch. Könnten wir in Schaden? Julio Landis Ceo Also Schaden haben wir genug, er darf nur nicht ausweichen Oh, und Gretel Streffen Au miss, au Der drückt ziemlich viel damage Was ist, weil der beginnt Was sollen wir jetzt wieder? Ich zuerst Der Kresser schreibt mir wieder Batze Wir haben Weniger Kraft Weniger Kraft Und Kampfmaschinen Noch weniger Kraft Und Vendid haben wir Wir versuchen es nochmal mit dem Und mit den Schuhen Vielleicht Vielleicht drücken wir dann ein bisschen damage Ich hab nicht mehr viele Donuts Aber den will ich noch schaffen Hier angefangen haben wir schon mal Jetzt sollte Jetzt reicht der aus Das Ja ne, so schaffen wir nicht Ach, der ist mir zu oft aus Nein, die Schuhe brauchen wir auf jeden Fall Und wir schauen mal im Shop Ob es was mit ins Das ist Das Haus der wollte ich nicht nehmen Ist zwar gut, aber 15 Donuts Und da ich es eh immer Also öfters auswechsel Das Ich hab keine Münze Ich hab keine Münze Nein Wir versuchen ihn jetzt so ein letztes Mal Er fängt an Sieht nicht gut für uns aus Dann lassen wir es auch dabei sein Dann Wir sind Level 107 Wie ihr sehen könnt Können wir ein Video schauen? Nein, wir können kein Video schauen Nein, Opera, du bist jetzt gleich Zurück zum Spiel Ich weiß nicht wann ich mir das nächste Mal Donuts holen werde Das Schmeißen wir mal in den Müll Auch Und ja Heute Wahrscheinlich Nicht Jo, auf jeden Fall Ich grüße Nora Ich bedanke mich Dass du bei der Teamausstellung mitgemacht hast Dass du so viel spendest Genauso wie Batman, Dombo, Jess in the Hells und Baumensch Ich bedanke mich bei euch sehr, dass ihr drin seid Ich hoffe es kommen noch andere Viele weitere Viele, viele weitere Wir schauen mal, wen wir hier einladen können Vielleicht ohne Team Vielleicht mit Team Flash Level 188 Wir schauen mal sein Team an Wir sind sogar besser Zeitplätze frei Zeitplätze frei Flash Den schreiben wir direkt dann mit einer Bewerbung an Hey Lust zu uns ins Team zu kommen Wären 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 Das ist So Splash Bitte komm zu uns Ja, auf jeden Fall Damit grüße ich auch Splash, wenn er kommen würde Ich grüße ihn noch so unten, da ich jetzt sein Ding angeschaut habe Ich kann das heute wahrscheinlich nicht Viermal starten Ja, mit verschiedenen Kasten Viermal starten Ja, mit verschiedenen Kasten Mal sehen Okay 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 Ich guck Au mal So Leute, was könnten wir noch machen Und was, ja wir haben hier auch ein neues Logo, sind eigentlich sehr gut ausgestattet Ja Ja Machen nach den Schurken zu Hände Könnten sie sogar noch haben, gut haben wir duale Feier Vielleicht kriegen wir dann Ja Kommt da auch noch mal mit erhöhten Chance auf Donuts Ja Nur die da oben, oder wie Nur die da oben Oh Die Räum Aber wir haben ne 33% geschossen O O Oh Ja Gräuter Stöckchen Genau Die könnten wir sogar schaffen Nur die hat gerade gekrüftet Gut Schön ausreichend O O O Das ist 1 0 1 Minus 101 AP, das war echt knapp. Hast du echt gut gekannt. Ja, erhöhte Minus 102, aber Konditionen, die könnten wir schaffen. Die haben jetzt 12 Bezins. Die hat Zersch angegriffen. Den Kampf schauen wir uns an. Oh, ich hab gecritet. Ich hab mir ne Wurfwaffe ne gute geholt und die Rest von Donuts lasse ich mir auch für ne Wurfwaffe. Ich sollte noch 8 bekommen. So. Oh, ne. Wie war ich grad grad? Oh, doch, doch, doch. Schritte. Alter, das ist... Oh, Alter, wenn die jetzt ausgewichen wär. Das kriegen wir. Die haben einen Donut bekommen. Danke, die haben... Das ist Mr. Ambitox. Der war bei mir in gelöscht und hat dann das Ding gewechselt. Hat in meine Skillung rum gemeckert. Weil ich zu wenig Kraft und Kondition hab. Er zeig ich dir mal was. Hier ist mein Skillung. Ich hab dich besiegt. Und ja, ich hab dich überlevelt. Ja. Wir können keinen Kampf mehr machen. Ich bin 15 und sag mal, hallo YouTube. Wau soハllo! So. Wir besprechen's hin. Tiffiste. Dark Father! Dunkler Vater! Wir kriegen noch mehr Trainingseinheiten, aber das schaffen wir heute noch. Wie ihr seht, es ist als 5 vor 27. Bist du mal 0.00? Schaffen wir es sicher. Gibt uns schöne Erfahrung. Vielleicht schaffen wir noch ein halbes Level. Ja, schauen kurz, was wir für Missionen kriegen. Wenn... Ah, Finsterer Typ erleuchtet. Hoffnungsgefälschte Donuts. Nein, gefälschte Donuts wollen wir nicht. Ne Originale. Also, auf jeden Fall. Oh, die Quests kriegen. Schaffen wir morgen sogar. Schurken angegriffen. Oh, nein. Nein, nein. Das schaffen wir heute leider nicht mehr. Wie sind auch 100 Angriffen? Schwere Gegner. Könnten wir morgen schaffen. Wenn... Was gibt es da? Ach, Donuts, wie immer. 6 Fähigkeitspunkte. Ich habe heute ja schon einen beendet. Und ja. Super hören. Ja, auf jeden Fall. Schaut. Das könnten wir demnächst auch wohl schaffen. Aber in der nächsten Zeit werde ich nicht aufgeblättert. Gegenstände gewaschen. Gegenstände umgenäht. Werd auch erstmal nicht umnehmen. Hab keine Lust drauf. Weiß nicht. Das könnten wir in den nächsten zwei Tagen auch schaffen. Das nicht. Wir sind abgestiegen. Ruhle gekämpft. Schaffen wir auch nicht. Vorfahren eingesetzt. Schaffen wir demnächst auch nicht. Hält. Für 15 Donuts. Mach ich das erstmal nicht. Weil ich das erstmal nicht brauche. Da kriegen wir wieder vier Donuts. Wir spielen das Spielzeug seit 25 Tagen. Ne Überraschungsbox öffnen. Gegenstand. Brauchen wir erstmal nicht. Könnten wir bald... Begleiter gesammelt. Nein. Nein. Es gibt eine Quest Begleiter gesammelt. Das wusste ich nicht. Ich wollte meinen eigenen Begleiter laufen lassen. Nein. Nein. Sechs Donuts. Auf die Mission sparen wir jetzt auch mal ein bisschen. Reichenstufe 110. Das könnten wir... Das würden wir sogar glaube ich morgen schaffen. Gibt morgen auch nochmal vier Donuts. 1.574 von 5.000 Donuts. Komm unter die besten drei. Werden wir erstmal auch nicht schaffen. Aber ich hoffe... Schaffen wir mal Vertreter. Und ja. Was wir schon geschafft haben. Zuletzt beendete Heldendaten. 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 Ja. Team. Ja. Ja also. Ich hoffe es hat euch gefallen. Damit verabschiede ich mich von euch. Und. Grüße euch alle herzlich. Grüße an mein Team. Ja. Damit sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Jahr. Ja. Tschüss Leute. Tschüss Leute. -